So, da ist der Flatterhands, wo ich hier muss. Verkauf... Das... 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 Genau. Da ist der Eins-Eig falsch geflogen und durfte sich zurück in die Stadt tippehen. Da ist der Eins-Eig falsch geflogen. Da ist der Eins-Eig. Da ist der Eins-Eig. Wieso? Ey, leck mich doch am Hinterteil. Tyrox, ich gebe dir einen guten Tipp. Wenn du die Mini-Quests machst, versuch gleich von Anfang an richtig zu fliegen. Ich wollte jetzt mit der Strömung fliegen, habe natürlich vergessen, dass man bei einer Ecke aus der Strömung rausfliegt. Ja, ich war wieder irgendwo um nirgendwo. Man kann sich halt nicht zu den Nebenquests hin tippeln. Das ist ein bisschen scheiße. Eik? Ja? Eik? Ja? Ist mir scheißegal, nein. Äh, hier. Sprengpulver. Sprengpulver. Oder so. Alles klar. Wirbelschnitt. Spiralschnitt. Oh. Äh, okay. Kriegst du schon wieder einen Höhepunkt. Joaah. Ja gut, muss richtig sein. Probier's doch mal direkt aus. Wie du einfach mal Unterstützung bekommst. Und wie? Ah, naja, hier von der Wache. Also. So, warte, jetzt muss ich dieses... Ich muss dort zur Höhle. Ja, dort wollte ich auch hin. Wo bist du gerade? Bleib mal hier. Ich will mit dir zusammenlaufen. Da rennt der Dude einfach weiter. Ich renne nicht da weiter. Ach, Tyrox. Was ist da unten hin? Äh, war. Bist du jetzt ernsthaft da runter? Tyrox, den Fehler hab ich auch gemacht. Schön. Und du musst dann nach oben irgendwie kommen. Ich seh nicht einfach nur auf der Karte rumfliegen. Nein, nein. Aber das soll irgendwie unten sein. Ein Stück weiter unten noch. So, ich bin jetzt mal hier auf den Vorsprung geflogen. Na egal. Ich glaube, ich hab den Weg. Wo wir da hin müssen. Ich steh über dem. Über der Höhle. Okay. Ja, ich glaube, hier ist er. Ja. Kannst du dich eigentlich zu mir tippen? Na, ich mach da nicht. Was war hier? Das ist halt gar nicht. Weil wir ja in einer Gruppe sind. Das müsste, glaube ich, gehen. Nee. Okay. Äh, Gruppe, ja. Verlass, aus Gruppe, schön. Gruppe, mal rechts übertragen. Ne, Fenster, große Kleine. Schade. Das wär halt praktisch gewesen. Ich steh direkt davor. Hm. Soll ich hier auf dich warten? Ähm, obwohl. Ja, bitte warte auf mich. Okay. Ich stelle mich mal ein Stück weiter zu dem Blut weg, damit du ungefähr wirst, wo du hinfliegen musst. Kann ich hier noch ein paar Blumen klatschen? Okay. 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 Kein gültiges Ziel. Also war das doch richtig, dass ich runtergeflogen bin? Eik. Ja, ich hab's auch nie gewusst. Eik. Eik. Ich musste zweimal den ganzen Scheiß weg zurückfliegen. Ja, also. Talon, sprich. Das ist doch gut so. So, das war's? Hallo? So, ein seltsamer Bauern. Redet, Tidebox. Höre. Ähm, wo ist denn? Hier, da hinten ist noch eine Quest. Flüchtlingshilfe. Mach mal die Map auf. Mach mal die Map auf. Ja, ja. Flüchtlingshilfe. Ja. Alles klar. Talon, sprich. Helft mir. Na egal, lassen wir uns erst mal zur Würde gehen. Ja, wir stehen davor. Ähm. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kommen wir da rein? Wo stehen wir da rüber? Seid gegrüßt. Ich bin drin. Ja, es ist klar. Ich bin aus der Kuppe rausgegangen. Das ist wieder so eine Quest, wo du nicht als Kuppe rein kannst. Dann sollte das auch automatisch erwähnt werden. Eigentlich schon. Wollen. Wäre auf jeden Fall besser. Schmarotzer Klumpwurm. Hey, Roxy. Wolltest du dich für zu Hause führen? Hey. Ja, klar. Instant und fünf. Hier haben wir es. Da ist es gut. Und? Oh, ja. Oh, ja. Bist du auch da jetzt in einer Spinne zwischen Würmern und zu einem anderen Krabbelvieh angegriffen worden? Also, ich hasse mein Internet, ne? Das ist momentan richtig kacke. Äh... Eine kleine Splanne. Das ist das falsche Ziel. Kettenstiefel. Kettenstiefel. Ja. Geil. Guck mal, woher... Nee, geht ja gar nicht. Äh, bist du down? Hm, gleich. Erwende die Talconfrucht. Alter, mein Internet, ne? Das regt mich grad so auf. Wo ist denn die Träne? Da. Ja, dein Tod. Lol. Weißt du? Mein Internet? Ist halt einfach... Rein. Die Quelle der Verunreinigung vernichtet Tychos Feinde. Ach du Scheiße, ich seh aus wie ein Baum. Vielleicht bist du, Rainer. Du, ganz ehrlich, du musst eine Frucht schlucken. Und verwandelst dich dann in so einen Eliminen-Idioten. Das ist kein Götiges Ziel. Äh, ja. Jetzt dreh dich doch mal, du Scheißding! Jetzt kann ich auch den wieder looten, ne? Zuckender Kokon Danke, dass ihr uns gerettet habt. Okay, ich hab wieder jemanden, der mit mir läuft. So, noch einmal die Perle anrufen. So, die Quest ist erledigt. So, noch einmal die Perle anrufen. So, jetzt wird die Perle, der mit mir geht. So, wir haben noch einmal die Perle. So, jetzt sind wir das für den Erwin. So, jetzt wird ich den Perle. So, jetzt geht's der Perle. Und wie weit musst du jetzt wieder reisen, um reinzukommen? Ich bin gleich leer in der Schule, warte. Ich bin auch noch drin. Ich habe gerade mal einen von den drei Besieger. 16 Minuten hält die Frucht noch an. Das ist das falsche Ziel. Was sind wir noch nicht looten hier? Was sind wir noch nicht looten hier? ARD Text im Auftrag von Funk Okay... Ja, ja, gut, der hat ganz schön was ausgedrückt. Ist das hier? Das war's. Ich hab mich schon... So, noch einmal verseuchte Erde finden. Aber wo? Oh, Video. Eva, seid an diesem Ort besonders vorsichtig. Der Siedepunkt ist erreicht. Kinkwit ist ein alter Freund. Doch ich kann helfen. Aber nur, wenn ihr Kinkwit niederstreckt. Um seiner fürchterlichen Macht standzuhalten, braucht ihr die Energie des Kraters. Der gelbe Rauch hebt Kinkwits Verteidigung gegen physische Angriffe auf. Der violette Rauch hebt seine Verteidigung gegen magische Angriffe auf. Kinkwits Verteidigung ist undurchdringlich. Ohne die Energie des Kraters könnt ihr ihn nicht bezwingen. Bezwingt Kinkwit. Bezwingt meinen alten Freund Kinkwit. 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 Kinkwit.